Die Mosel. Eine Kulturlandschaft, die weitaus mehr bietet als schöne Ausblicke auf das Flusstal oder die Weinberge. Willkommen im Hotel Bern in Bernkastel-Kuhs. Sportlich aktiv sein und auf schier endlosen Radwegen die Mosel einmal ganz anders erleben. Vielfältig und facettenreich wie das Leben. Ihr Hotel. Ein Klang von Innovation und muselanischer Gastlichkeit. Das Bistro Bärchen ist ein gelungenes Beispiel dieser Kombination. Weiträumig, ehrlich und offen. Die Bistro Küche im mediterranen Stil. So leicht wie ihr neu gewonnenes Lebensgefühl. Ein fließender Übergang vom Innern zur großen Terrasse am Moselufer. Ausspannen, genießen. Schnappschüsse für die Erinnerung. Doch auch Traditionelles hat hier seinen Platz. Fast schon majestätisch reckt sich dem Anreisenden das Hotel Bären entgegen. Langsam wird der Ankommende auf die besondere Ausstrahlung der Stadt und ihres ganz eigenen Flares eingestimmt. Ein paar Schritte durch den Park geben den Blick frei auf das Stammhaus des Bären. Zurückhaltend, romantisch, mit einer Sinnlichkeit und Wärme, die sich auch in den Zimmern fortsetzt. Aufbruch zu neuen Taten oder noch ein kleiner Rückzug aufs Zimmer. Es ist ihr Urlaub. Die Vielfalt des Angebotes ist hier zu Hause. Ob traditionell im Stammhaus oder modern funktionell im Neubau. Die Harmonie ist spürbar. Ausspannen und sich einfach nur wohlfühlen. Dafür stehen ein anspruchsvoller Komfort und die Liebe zu kleinsten Details. Hallo. So, jetzt geht's auf zur Weinprobe. Dann wünsche ich euch viel Spaß und vielleicht gibt's auch einen guten Doktor. Was wäre ein Moselurlaub ohne fachkundige Weinprobe? Eine ganz besondere Auswahl an Weinen für Sie vorrätig. Das sind Weine von der Rieslingrebe. Die Vorfreude auf dieses Erlebnis für den Gaumen geht über in das jahrhundertealte Ritual des Vertrobens. Schon nach kurzer Zeit sind feine Nuancen schmeck- oder besser noch erlebbar. Ein Zauber, den sich kaum einer entziehen kann. Ein Gang durch die Altstadt im Ortskern. Altes Fachwerk, Ladenpassagen, einer kleinen Zeitreise gleich. Es ist die Vielfalt der Möglichkeiten, die einen Moselurlaub im Hotel Bärm so unvergesslich macht. Dieser sonnenverwünnte Platz möchte von allen entdeckt werden. Jeder auf seine Weise und passend für alle Altersklassen. So viel erleben macht hungrig. Und hier bietet sich das Wein umrangte Restaurant Altes Brauhaus des Hotel Bärm als ganz besondere Adresse an. Frische, ausgewählte Zutaten, voller Liebe zum Detail für den Gast arrangiert. So setzt sich das Erlebnis Bären hier fort. Die Vorfreude auf einen ganz besonderen Genuss. An einem ganz besonderen Abend. Auf der Terrasse des alten Brauhauses. Die Mosel in greifbarer Nähe. Ein sanfter Uferwind im Gesicht und das leise Plätschern des Wassers. So und nicht anders ist das Gefühl der totalen Entspannung und des nötigen Abstands zum Alltag. Der Funke springt über. Der Kopf wird wieder frei für die wichtigen Dinge des Lebens. Es ist schön hier zu sein. Hotel Bären in Bernkastel-Koos. Ganz nah am Paradies.